50% hat sie schon mal sicher geliefert. Zweiter Sprung Kisla. Mit diesem relativ grossen Ausfallschritt verliert er einen halben Punkt in der Landung. Gleicher Sprung, oder gleicher Zweisprung wie die Qualifikation. Kommt gut durch. Also wenn der Verniaev jetzt den Riesenübung raus zaubert, dann wird die Ukraine gewinnen. Er drückt sehr hoch ab, lässt aber den Salto ein bisschen zu lang laufen. Darum der Ausfallschritt nach vorne.